oder interne oh ist was ich kann nie mehr fighten mehr Hä? Nein. Ja. Alles klar. Ich danke, ohne Witz. Gibt es, wie lange das auch ging? Holy shit, so viele. Alles klar. Weiter. Weiter. Ich finde es gut, dass es direkt in den Kampf so reinführt. Ich bin nicht so effektiv, müsst ihr mich verarschen? Nice, okay, der ist schon mal dead. Okay, gut, gut. Okay, dann sieht es so aus, als ob nur dieser Ding, äh... Kalk-Klinge einsetzen konnte. Gut so, Leute, gut so. Oh shit. Komm, gib ihn. Gib ihn, Junge. Gönnt sich. Oh shit. Komm. Junge dieser Kick. Oh mein Gott. X, woher kriegen oder so? Okay, da ist ein. Ein paar Mal, attacken und dann... Schlacke? Hä? Oh. Ich glaube, ich bin dead, oder? Oh, 17 HP. Hm. Okay. Trotzdem gut getankt. Also... Das tut damage gemacht. Oh nice, haben wir ihn. Ja, GG. Sehr gut. Leute, sechster Orden. That's it. GG. Nice. In der Regel noch zwei Stück. Und dann... Schade, schade. Das... Ja, das ist dann auch ein Bild. Auf einmal... Dahinter ist so... ... was versteckt. Die Vorziehung der Legende? Nee, oder? Oder was war denn das vierte Bild? Was? Was? Das wäre möglich. Oder sie sind irgendwo in einer tiefe Schlumber gefallen. Hä? Macht gar keinen Sinn. Ich weiß nicht. Okay, ich geh aber nirgends noch mal hin. Ich war aber schon überall. Perfekt. Nichts. Unless... Hier? Ah, hier war ich noch nie. Okay. Aber hier gibt es auch nur einen Baum. Und... Und ein Fläschchen AP+. Oh, ja. Das ist ultra stark. Das ist so, wie es ist. Denn... Ich gönne mir das jetzt einfach mal auf Service weg. Und zwar auf Arbeit. Habe ich das quasi sechsmal. Und das... Leute... Ist broken. Ja, okay. Jetzt gucken. Einfach da drin, okay. Oh, shit. Oh, shit, Leute. So. Mary. Marianne. Nur vier Stück. Easy. Ist doch kein Feuerball, aber... Ich glaube, einen habe ich. Habe ich. Kann das sein? Ja. Habe ich. Habe ich jetzt mal erstmal Double Kick ein. Double Kick ins Face. Uh. Aber was ist jetzt zum Beispiel Folterknechts? Ich bin nur ein bisschen aggressiv, aber... Hä? Oh, was? Ach, Folterknecht. Ach so, das ist das. Ja, okay. Ja, okay, dann. Macht Sinn. Ich glaube, Slender müssen wir bald mal... Vielleicht auch sehr bald... Äh... Austauschen. Für ein neues Feuer oder... Äh, ich meine Wasser oder... Pflanzen-Pokémon. Eins oder den beiden. Olle. Na gut. Kaufen wir halt was bei ihnen. Okay, hä? Oh. Mr. Mime. Oh, lol. Und nicht bei der Wand. Du kommst nicht daran vorbei. Hä? Mal schauen, was... Oh, hier ist zur B das. Okay. Was ist das jetzt? Ach, das ist der... Das ist die... Hä? Jürgen, Hildicke. Was ist los mit dir? What? Was? 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 Macht schon Bock das Game? Bockt schon, ja, ja? Ist halt Pokémon-Date. Natürlich. Ja, das ist wahrscheinlich Ness. Oder nicht? Haha, schon zu mich an. Oh mein Gott. Äh... Fighten wir hier schon, oder? Oh, what? Oh ja, okay. Aber... Keine Mission? Ja, okay. Das war obvious, aber... Das war jetzt keine... Keine Mission? Auf einen, wir halt. Nice. Vier Pokémon nur. Die letzte hatte fünf, oder? Nicht? Naja, egal. Vielleicht scammt ihr mich nur. Kann auch sein. Barmala. Dieses Abblocker ist richtig stark, Junge. Nice. Bei Abblocker, er schützt sich selber. Und wenn ich eine Attacke mache, dann kriege ich nochmal, äh... Verteidigungs Minus. Übel stark. Oh shit. Du kannst Pokémon aus Level 45 schon fangen? Ja, ich kann bis 50 schon fangen. Ich habe heute die... Sechste Arena gemacht. Das war gerade die siebte. Und... Ja, das war die siebte. Angeblich. Also, sie sagt es wie es... Bei der Lateinne. Das war ein bisschen komisch, aber... Ja. Da ist Ling. Entwickelt zu Irokek. Nice. Irokek. Hier ist der Unlicht Orden. Okay. GG, I guess. Oh, das ist ja eigentlich der... Ringeleiter. Krass. Okay. Eine Max. Äh, dieses Legendärte da. Das war geil. Da ist Delion. Es ist einfach der... Okay. Na gut. Hier waren wir schon, gell? Ja, schon über die sieben. Die Frage ist jetzt nur... Ah, okay, wir müssen... Ah, okay, okay. Ja, hä, wir können dann gleich hier entfliegen, oder nicht? Können wir gleich machen? Null. Ja, GG. So, hier passiert jetzt was... Crazieriges, Leute. Das kann ich ja schon mal sagen. Ne, rechts. Hä? Zum Chlor-Stadium. Nicht mal 10, oha. Ja. Okay. Die Dinge sind leicht und schnell erklärt. Du musst nur drei von mir höchstpersönlich ausgebildete Arena-Trainer besiegen. Das ist alles. Was? Oh, Doppelkopf. Nice. Okay, immerhin. So muss das. Knirscher. Oh, ja. Knirscher. Oh, wohl. Guck mal. Ich mach 4x. Ich mach 4x. Ich mach 4x. Du komm mal 5x. Ich mach 4x. Ich mach 4x für so. Weil so... ...dannem x7. Dino Düssel. Die Wälder. Let's go. Ach komm. 1hb. Oh no. Ist das ernst? Ich muss eigentlich nur stallen. Eigentlich. Ich glaub, den krieg ich vorher nicht dead. Ja, that's it. Oh, okay. Okay. Verlust Hardcore, ja. Jetzt hat er den Nachteil. Okay, GG. Wie groß der auch ist. Yes. Ich bin Aral, hat echt ein Loch. Slender, I feel you. I feel you. Ja, ich mach den Fabi. Ich mach schon, keine Sorge. Oh. Ah, ich test bis hier das. Schade. Echt? Das wäre immer dick? Oh mein Gott, was ist das? Professor Sanja. Sick. Krömer dick. Ah, das ist so ein komischer Transfer, ne? Nice. Perfekt. Oh, shit. Ding, 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 ding. There you go. Nice, dude. Der sieht jetzt geil aus. Mega, let's go, dude. Aber keine Attacke. Ah, schade, man. Oh doch, nice. Fluch. Auch nicht so das Beste jetzt. Dann müsst ihr es nicht leveln, sondern fangen wir es direkt schon. Smart. Synthese. Oh, nee. Oh, komm. Bibi. Nein. Nein. Ripp. Ich hasse dieses Hopkeen und dann, wenn ich A spamme, bin ich wieder bei den Attacken. Ist dumm gemacht. Ist echt dumm gemacht. Bin ich der FK? Ich komme gleich wieder. Be right back, Leute. Be right back. Okay.